Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Kick-Off zur nächsten Folge von 5 Transfers für. Heute geht es weiter mit der Spielvereinigung. Reuter führt letztes Jahr das Abenteuer Bundesliga ja gehabt und sich auch vollkommen verdient erkämpft. Aber natürlich war es jetzt auch ein Jahr, welches wenig erfolgreich war. Am Ende ist man als 18. abgestiegen. Logischerweise gibt es aber trotzdem ein paar Spieler, die überzeugt haben. Beispiel Jamie Lebeling oder Banimir Rogota, die man natürlich dann noch wiederum ersetzen muss. Klar, einige Vertragsangelegenheiten sind noch nicht geklärt. An sich könnte ja einer wie Rogota sogar nochmal bleiben. All das besprechen wir hier und heute, denn ich habe auch 5 weitere neue Spieler gefunden, die auf jeden Fall Reuter führt holen sollte. Der Manager Rashid Azuzi hat in den letzten Jahren einen sehr, sehr guten Job gemacht mit Marc Schneider, einen sehr spannenden Coach aus der Schweiz geholt und ich denke, man wird seinen Weg einfach fortsetzen wollen. Junge Spiele entwickeln, sich auch gerne bei zweiten Mannschaften bedienen und diese dann im besten Fall auch teuer weiterverkaufen. Und genau in das Konzept passt genau das, was ich immer überlegt habe. Deswegen gibt es nun meinen Scout-Bericht von 5 Transfers für Greuter führt. Legen wir los in der Abwehr. Denn während im Tor meiner Meinung nach das Torhüter-Trio mit Linde, Schafran und Schulz schon steht und dass er wirklich gut genug ist, muss man in der Abwehr sicherlich einiges verändern. Auf der rechten Seite ist Simon Aster wahrscheinlich gesetzt. Dahinter hat er mit Marco Meierhöfer einen richtig, richtig guten Mann, der vielleicht ja auch gehen würde nach dem Abstieg. Ist aber aktuell verletzt, hat sich ja den Knöchel gebrochen und den würde man somit aktuell so gar nicht einplanen können. In der Abwehrzentrale gibt es aber ja einige Veränderungen. Maximilian Bauer geht zum FC Augsburg, Nick Fierigewaar geht zum FC Utrecht und auch der Vertrag von Barry läuft aus und wird nicht verlängert. Sprich, da waren schon mal drei Abgänge. Mit Gideon Jung hat man einen erfahrenen Innenverteidiger, der die zweite Bundesliga sehr gut kennt. Sebastian Griesbeck ist ja mittlerweile vom Sechser zum Innenverteidiger geworden. Also haben wir schon mal zwei wirklich gute, erfahrene Jungs und natürlich noch Oliver Fubassam als junges Talent. Meiner Meinung nach braucht es hier aber auf jeden Fall noch einen weiteren Spieler. Man wird ja wahrscheinlich bei einer Viererkette bleiben. Dreierkette ist zwar theoretisch möglich, da wäre dann vielleicht sogar Itter noch ein Kandidat für die linke Innenverteidigerposition. Aber ansonsten muss man hier sicherlich noch mindestens einen zuholen. Und da habe ich mir was überlegt und zwar Kevin Ehlers kann der richtige Mann für Greuther Fürth sein. Aktuell spielt er bei Dynamo Dresden, die sind ja in Liga 3 jetzt wieder abgestiegen und sein Vertrag läuft auch aus. Er ist gerade mal 21 Jahre alt, bringt aber auch schon ein bisschen Pro4V mit und passt somit für mich perfekt in die Abwehrzentrale hinein. Und er ist einfach ein junger Spieler mit dem Potenzial deutlich besser zu werden, aber auch schon jetzt eine ganz gute Rolle einzunehmen. Bei Dynamo Dresden hat das nicht ganz so gut Funken zu sehen in der Abstiegssaison. Er konnte sich nicht wirklich so behaupten, aber ich glaube bei Greuther Fürth in einem ruhigen Umfeld, da kann sich so ein Spieler prächtig entwickeln. Und weil er eben ablösefrei zu haben ist, wird das Risiko auch nicht allzu hoch. Und deswegen finde ich, dass Kevin Ehlers der perfekte Mann für die Innenverteidigung ist. Was wir noch nicht besprochen haben, ist die linke Abwehrseite. Luca Itter sehe ich hier auf jeden Fall als klaren Stammspieler und wie es bei Retro Willems weitergeht, ist er relativ undurchsichtig. Es gibt viele Fürther, auch generell viele Spekulationen darüber, die in die Richtung gehen. Retro Willems wird bleiben, wird vielleicht auch sogar eine sehr, sehr gute Rolle einnehmen. Möglicherweise aber eine Position weiter vorne. In der Dreierkette als linker Schienenspieler, Itter würde Renta spielen. In der Viererkette vorne noch im System mit Raute sozusagen als linker Mittelfeldspieler. Kann ich mir durchaus gut vorstellen, dann bliebe Willems somit an Bord. An sich muss man natürlich dann sagen, ist man da ganz gut aufgestellt. Aber ich würde da auf jeden Fall nochmal einen defensiv stärkeren Verteidiger hinzuholen. Auch da bin ich wieder auf ein junges Rente gestoßen, was man noch entwickeln kann. Was eben aber auch die Ruhe braucht, um sich hinführen, behaupten zu können, was hinter Itter sich erstmal in Ruhe entwickeln kann. Und da habe ich mich am Ende für Brooklyn Eze entschieden. Ich habe ihn hier bei 5 Transfers schon zweimal vorgeschlagen. Bei Hannover wie auch bei Düsseldorf. Also sprich auch bei durchaus ambitionierten Zweitligisten. Zweitligisten, weil ich glaube, dass er das schon kann. Aktuell spielt er bei Viktoria Berlin. Er ist 20 Jahre jung und sein Vertrag läuft aus. Er ist erst zur Rückrunde von Schalke 2 nach Berlin gewechselt und konnte sich durchaus zeigen. War auf Anhieb eigentlich Stammspieler, hat wirklich gute Spiele gemacht und hat man schon auch gesehen, wenn man den gut fördert, wenn man ihn gut einbaut, dann kann er auch schon Stammspieler in der Liga sein. Und somit glaube ich, kann er auch ein guter Backup in Liga 2 sein. Er ist ein Talent, für mich als Backup wunderbar zu gebrauchen. Kann auch Innenverleidiger spielen, wie aber auch linkes Mittelfeld. Bringt somit sehr, sehr viel mit, was auch perfekt ins führter System passt. Wenn wir jetzt mal mit dem 3er Mittelfeld im Zentrum planen, also rechter Achter, linker Achter, im Zentrum ein Achter oder ein Sechser plus ein Zehner in den beiden Spitzen, dann ist man daher an sich schon mal ganz gut aufgestellt. Max Christiansen sich auf der 6 ganz klar gesetzt, wäre mit Green und Tillmann zwar durchaus offensiv ausgerichtete Achter und natürlich noch Tobias Raschl, dem die 2. Bundesliga wahrscheinlich auch sehr, sehr gut tun wird. Jeremy Dudziak sehe ich dann eher auf der 10 und somit sieht das auf einmal in der Spitze schon mal ganz gut aus. Ich würde aber hier in der Breite, vor allem auf der 6, nochmal nachlegen, hinter Max Christiansen einen jungen Spieler mal wiederholen, vielleicht auch aus einer 2. Mannschaft, der relativ günstig zu haben ist, für den vielleicht die 2. Bundesliga noch zu früh kommt, den man aber halt entwickeln kann, weil das kann ja einfach Kreuter Fürth sehr, sehr gut. Und da bin ich auf Falco Michel gestoßen, ein junger Sechser aus der 2. Mannschaft vom VfB Stuttgart. Dort war er gesetzt, hat eine gute Regionalligasaison gespielt, ist 21 Jahre alt, 1,87 Meter groß und kann diese Rolle als Leiniger Sechser auch sehr, sehr gut spielen. Und on top, auch hier läuft sein Vertrag aus. Also, mal wieder eine kostengünstige Lösung, Michel kann sich auch da wieder in Ruhe entwickeln, man hat mit Christiansen einen klaren Sechser, Griesbeck ist natürlich auch noch da und dann eben Michel als möglicher Backup erst einmal und ich glaube, in dem Jungen steckt ordentlich Talent. Wenn man das gut fördert, dann kann daraus was werden und Marc Schneider traue ich das auch zu. Und wenn wir schon mal beim VfB Stuttgart sind, bleiben wir da auch. Also sollte man von Fürth nach Stuttgart Kontakt suchen, will ich direkt sogar bei 2 Spielern anfragen. Denn wir kommen jetzt für mich zur größten Problemzone, wenn man das so sagen möchte und zwar dem Sturm. Denn da muss sich einiges verändern. Meistens in der Doppelspitze hat man ja gespielt und ich glaube auch, dass das System an sich erstmal so bleibt. Natürlich kann es aber auch sehr variieren. Auch im Spiel kann man sogar je nach Aufstellung auf eine Dreierkette umstellen. Aber wenn wir mal mit dem 4-4-Zeit-System mit Raute planen, hast du halt eine Doppelspitze und die muss ja besetzt werden. Havard Nielsen ist schon weg. Er geht zurück zu Hannover 96. Jamie Leveling geht zur Union Berlin, bleibt in der Bundesliga. Und Jessica Gangkamp, für den man ja für Fürtherverhältnisse sehr viel gezahlt hat, wurde er direkt von Hertha zurückgeholt. Deswegen glaube ich auch, dass er dann auch mal eine neue Chance bekommen wird. Und somit haben wir hier schon mal drei Abgänge. Ich glaube allerdings auch noch an vierten und zwar an Branimiro Gota. Hat er wirklich sehr, sehr gute Quoten gehabt für einen Absteiger am Ende. Und ich glaube schon, dass der Interesse auf sich gezogen hat, weil er auch Kapitän bei Gräuter führt. Wenn er natürlich bleibt, hat man da einen Top-Mann. Ich sehe aber hier auf jeden Fall einen Abgang. Bis hier und heute haben wir da ja noch keine ganz so offizielle Entscheidung. Und somit blieben dann vorne auf jeden Fall noch Pululu, Abiyama und natürlich auch noch Robin Kehr, den man mal relativ schnell vergisst, der jetzt lange, lange Zeit verletzt. Mal gucken, welche Rolle der einnehmen wird. Und somit haben wir hier drei Stürmer. Für mich braucht es aber, wenn eben Gota, Nielsen, Leveling und ein Gangkamp gehen, zwei neue. Und jetzt kommen wir zurück zum VfB Stuttgart. Denn da gibt es für mich den perfekten Nachfolger für Branimiro Gota. Also ein Spiel starker Stürmer, der vielleicht auch mal Zehner spielen kann. Und das ist Matteo Klimowitz. Er wird ja als Megatalent gehandelt. Vor einem Jahr hat man davon auch sehr, sehr viel gesehen. Mittlerweile leider nicht mehr. Er ist 21 Jahre jung, hat in Stuttgart noch einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2024. Und er braucht eine Veränderung, meiner Meinung nach. Viele Stuttgarter sagen, er war einfach mental noch nicht weit genug für den Abstiegskampf. Es hat einfach nichts mehr funktioniert. Er hat ja auch teilweise wieder in der zweiten Mannschaft gespielt. Dass er aber Fußball spielen kann, dass er ein Top-Talent ist. Das hat er ja schon mehrmals gezeigt. Aber jetzt braucht es halt einen Verein, wo er mal in Ruhe vielleicht ein Jahr das Zeug zum Stammspieler hat. Wo er vielleicht aber auch offensiven Fußball mitspielen lassen kann. Und das kann für mich eben Gräuter Fürth sein. Meiner Meinung nach muss Klimowitz zu einem Verein wechseln, wo eben genau das, was ich gerade beschrieben habe, Bestandteil der ganzen Geschichte sein wird. Das kann für mich auch sehr, sehr gut in anderen Ligen, wie der Niederlande, Österreich oder der Schweiz passen, wo man auch mal medial etwas unter dem Radar fliegen kann, was vielleicht auch für ihn ganz gut wäre. Aber auch bei Gräuter Fürth könnte genau so eine Station sein. Und natürlich ist auch klar, hier wäre nur eine Laie möglich. Also auch das natürlich wieder kostengünstigen Kauf sehe ich hier nicht. Und dann glaube ich schon, dass Matteo Klimowitz als hängende Spitze, als zweite Spitze oder sogar mal auf der 10 ein sehr, sehr guter Kandidat ist für Gräuter Fürths Offensive. Damit haben wir dann schon mal den spielstarken Stürmer gefunden. Was dann natürlich noch fehlt, ist ein zweiter Neuner und ich sage mal so, ein echter Neuner. Physisch stark, gute körperliche Härte, aber auch ein ganz gutes Tempo, gut in der Box und auch diese ganzen Faktoren sprechen ja für einen Stürmer, der alles mitbringt. Der sozusagen das kommende Paket hat, auch mal als einige Spitze dienen kann, damit sich auch so einen Stürmer wie eben Matteo Klimowitz um ihn herum bewegen kann. Und da bin ich auf Adrian Gribic gestoßen. Aktuell ist er vom FC Lorient aus Frankreich nach Vitesse Arnhem verliehen worden für diese aktuelle Saison, weil er eben zuletzt in Frankreich keine allzu große Rolle gespielt hat. Problem, in Arnhem lief es auch nicht wirklich rund. Da war er nur Backup, kam auf ungefähr 50% der möglichen Einheitsminuten und deswegen glaube ich auch, dass eine weitere Laie möglich ist. Ich sehe ihn weder bei Vitesse noch in Frankreich und weil sein Vertrag aber auch noch zwei Jahre läuft, ist sie auf jeden Fall eine weitere Laie durchaus ein attraktives Modell. Gribic ist 25 Jahre alt, also mal etwas erfahrener als meine anderen Zugangsvorschläge, aber natürlich auch dadurch sehr gut verfügbar, weil jetzt er kein typischer Stürmer ist mit 20 Jahren, wo man vielleicht noch sagt, komm, den holen wir uns und er hat noch Potenzial, auch wenn er in den letzten zwei Jahren nicht so gut funktioniert hat, sondern er ist wirklich einer, wo du weißt, was er an sich kann. Er hat es aber zu wenig gezeigt und deswegen gibt es vielleicht noch nicht allzu viele Interessenten. Und bei einem ambitionierten Zweitligisten würde ich ihn dann durchaus sehen und Gribic wäre vom Stürmertyp genau den, den Fürth da vorne braucht. Und somit haben wir jetzt schon mal fünf Transfers gefunden, fünf neue Spieler für Gräuter Fürth gesucht und ich denke mal, das wäre auf jeden Fall ein ganz guter Anfang oder besser gesagt eine gute Vollendung des möglichen Kaders, denn das sehen wir auch beim Blick auf die mögliche Aufstellung und die habe ich jetzt hier, wie gesagt, im 4-4-2-System gewählt. Im Tor ist für mich Linde die Nummer 1, Schafran und Schulz dahinter. Wer da Nummer 2, Nummer 3 wird, das kann ich gerade auch nicht abschätzen, deswegen soll das aber jetzt auch nicht allzu sehr stören. Ansonsten noch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt hier auch in der Viererkette sehen oder auch auf allen anderen Positionen. Bitte nicht zu sehr daran festhalten, wer jetzt sozusagen in der ersten Helf steht und wer in der B-Elf drin ist. Natürlich kann das variieren und wir kennen ja alle das Fußballgeschäft. Es gibt vielleicht ein paar Spieler, die immer spielen, mehr aber auch nicht. Deswegen Viererkette sehe ich. Aster auf jeden Fall als Stammspieler, Elas neben Griesbeck aber auch. Wäre dann ein, glaube ich, sehr, sehr gutes Abwehr-Duo, weil eben Kevin Elas ein junger Spieler ist, der sich entwickeln kann, der sich entwickeln muss. Wenn er neben einer wie Griesbeck spielt, kann das, glaube ich, schon sehr, sehr gut passen. Natürlich auch Gideon Jung, ein guter Kandidat vor Bassam als weiteres Talent. Und natürlich Luca Itter auf links und dahinter mit Brooklyn Ezeh ein weiteres Talent. Natürlich gibt es ja auch noch, wie gesagt, ein Meierhöfer, den ich aber eigentlich bei größeren Vereinen sozusagen sehen würde. Bedingt durch die Verletzung bin ich mal gespannt, wie es da weitergehen wird. Und haben die als weiteres junges Talent. Dreier Mittelfeld, dann Tillmann, Christiansen und Raschl. Und auch hier ist halt der erste Punkt schon wichtig, den ich gerade angesprochen hatte. Nichts jetzt ja darauf festlegen, wer jetzt in der ersten Hälfte steht und wer nicht. Weil Kedro Willems und Julian Green könnten da genauso gut stehen. Auf der 10, Jeremy Dudziak. Da bin ich sehr gespannt, wie er dann wieder in der zweiten Bundesliga funktionieren wird. In der Bundesliga fand ich ihn jetzt nicht überragend gut. Der hintere ich natürlich mit Klimowitz, aber auch mit Tillmann und Green. Verschiedene Möglichkeiten. Generell im Mittelfeld noch mit Angelberger, Seufert und Litbarski. Drei weitere Spieler, wo man natürlich abschätzen muss, wie es da weitergehen wird. Welche Rolle sie einnehmen, werden sie vielleicht noch da ausleihen. Nochmal eine Option. Und dann eben die neue Doppelspitze mit Grebic und Klimowitz. Ich glaube, die beiden würden sehr, sehr gut harmonieren. Und dahinter mit Abiyama und Pulolu noch zwei weitere Stürmer. Und Robin Kerr dann auch noch mit dabei. Wenn man sich das so anguckt, sieht das, finde ich, schon sehr, sehr gut aus. Natürlich habe ich auch mich ganz bewusst für junge Spieler entschieden, die du auch entwickeln musst. Die vielleicht auch ein bisschen länger Zeit brauchen. Aber nachhaltig und mittelfristig kann das schon wieder sehr, sehr viel Sinn ergeben. Und somit kann man sicherlich über Kreuter Fürth sagen, dass der Abstieg weh getan hat. Aber es war jetzt auch eine Saison, wo man, glaube ich, schon gewusst hat, was passieren wird. Weil der Bundesliga-Aufstieg vor einem Jahr sicherlich auch für sehr, sehr viele und ich glaube für viele Fürth da selber auch überraschend war. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergehen wird, weil der Kader bringt schon ein gewisses Potenzial mit. Ich sehe jetzt, Kreuter Fürth stand jetzt nicht irgendwo hinter den Top 3 oder Top 5. Ich glaube schon, dass sie erstmal sich ein bisschen sammeln müssen, ein bisschen brauchen, um in der zweiten Bundesliga-Video anzukommen. Bedingt auch durch einen neuen Trainer. Aber lässt man das System ungefähr so, wie es ist, ergänzt das durch ein paar Stellschrauben, holt diese fünf Spieler mit dabei. Dann glaube ich schon, dass Fürth Neuaufbau in der zweiten Bundesliga sehr, sehr gut gelingen kann. Und man mittelfristig auch wieder oben angreifen wird. Und jetzt seid zu guter Letzt auch ihr gefragt. Welcher meine fünf Transfer-Vorschläge macht am meisten Sinn für Kreuter Fürth? Wo muss nachgelegt werden? Welchen Spieler habt ihr auf der Liste? Dann könnt ihr nochmal gerne weitere Teams in die Kommentare schreiben für fünf Transfers. Denn so langsam geht die ganze Geschichte von fünf Transfers für dem Ende entgegen. Ein sehr, sehr geiles Projekt. Aber wir haben noch ein paar Plätze frei. So fünf, sechs, vielleicht sieben Teams kommen noch dran. Also schreibt da mal gerne eure Vorschläge in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.